Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Das ist doch von Heinrich Heine. Aus der Dichterliebe, vertont von Robert Schumann. Ich vergaß mich vorzustellen. Heinrich Heine, mein Name. Ja, genau, der Heinrich Heine, der Dichterfusste. Ein Liebling liebt ein Mädchen, die hat eine andere Welt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser verhält. Es ist eine alte Geschichte, doch ein, sieh mal neu. Und wie es passiert, dem bricht das Herzen zwei. Aber ich! Ich kolle nicht, und wenn das Herz aufricht, ich sah dich eintraue, man sah die Nacht in deines Herzens raume, und sah dich lang, die mir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sie noch erinnert bist. Ich halte nicht, ich halte nicht, ich halte nicht. Ich halte nicht, ich halte nicht, ich halte nicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt. Amen.